Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Zum größten Teil vergessen. Sie haben mir mein Leben weggenommen. Jetzt will ich es wiederhaben. Warum wühlen Sie in der Vergangenheit darum? Was könnte, was sollte man mit all der Zeit anfangen, die vor einem liegt? Das, was er schreibt, berührt mich zutiefst. Wenn wir zu uns selbst reisen, müssen wir uns unserer Einsamkeit stellen. Ist es nicht so, dass alles, was wir tun, aus Angst vor Einsamkeit getan wird? Wann Sie jemals richtig verliebt, sodass Sie das Essen vergessen und sogar die Sprache? Ich bin mir nicht sie. Sie wehrt sich sicher. Sie wüssten es. So was weiß man immer. ? ? Amen.